Servus Leul, da spricht der Fredl aus Zwedl. Schauscht das Corona, gell? Das ist nicht leuern. Was soll man machen, ne? Weil sie alle immer herumfliegen um 30 Euro in der Weltgeschichten. Und dann schleppen sie das ein. Na klar, verbreitet sich dieses Virus dann quasi virusartig. Aber was soll man machen? Jetzt sitzen wir halt zu Hause und machen das Beste draus. Trinkt ein Bier, schaut ein bisschen fern, den ORF 2er, ne? Da schau immer die Zeit im Bild mit dir. Da erfährt man eh viel, gell? Die Susi, die liegt daheim mit Corona. Deppert, ne? Die hat's ordentlich hergepadelt. Aber was soll man machen? Ein paar Tipps, wenn ihr euch fahrt, ist zu Hause. Ihr könnt ja ein bisschen das Liebe machen, üben. Ne? Statt ein Hintegaschen zu hauen zu Hause ein bisschen. Das ist lustiger, gell? Danach kann man eh wieder ein Bier trinken, ne? Was kann man noch machen? Sofern man einen Balkon hat, kann man hinausgehen, diesen genießen. Dann braucht man nicht spazieren gehen, wenn man keinen hat. Na ja, da geht man halt kurz raus, kurz, kurz, gell? Na ja, wir schaffen das schon. Aber eins bitte noch. Hört auf mit der depperten Singerei beim Fenster. Das ist nur unnötig. Das geht einem eben nur am Arsch. Wirklich. Keiner wird jetzt einen Durchbruch künstlerisch erlangen, weil er entdeckt wird, ne? Mit dem Schaß. Ist eh schlecht, sonst wärst du ja vorher schon verrückt. Und das stimmt sicher keinen positiv. Du wirst nur höchstens Corona-positiv, wenn du da die Gesangsluft einatmest, weil der oben alles singen muss, ne? Und noch was. Hört auf mit dieser I am from Austria Scheiße. Das kann nicht sein. Das ist überall. Das ist nicht nur hier. Ja? Der Herr Fenrich freut sich eh über den Zehner, den er an der Diemen pro Woche kriegt, ne? Lasst es ihm das, aber jetzt hört auf damit, gell? So. Jetzt bleiben wir alle relaxed, wie immer, gell? Tutsch ein bisschen Porno schauen, ein bisschen Filme schauen, Tutsch ein Papierflieger basteln, Puzzle machen, Puzzle, Puzzle. Ich wünsche euch alles Gute. Und wir sehen uns sicherlich bei irgendwelchen Rammelhof-Konzerten. Schätz unma tief Ende des Jahres. Stay safe, stay home, Alter.